Hey, bist du nicht dieser DJ? Nee, ich bin Brad Pitt. Hey, shit! Sein Glied wird nicht mehr steif. Mein Glied steht wie nach eins. Wolltest du kurz ist, um runterzuhängen? Hey, es ist fünf vor zwölf. Let's go, Buffalo! Geht mal mit dem Rasierer drüber. Ihr seht aus wie die alten Säcke. Entschuldigung. Sag mal, wieso sitzt du auf dem Schwimmring? Er hat den Urinen. Was ist das? Das ist eine Sportverletzung. Was machst du nur da? Du hast gesagt, die soll ihn desinfizieren. Den Rasierer, du Eule. Die Ölmacht verkehrt mir. Andreas, meine Eier klemmen fest. In der Bank. Wenn Sie reingehen, gehen Sie auch irgendwie wieder raus. Nein, gehen Sie nicht. Sie sind angeschwollen. Das kitzelt so dumm. Nicht so ziehen. Nicht so ziehen. Hallo? Mann, wir haben hier ein kleines Problem. Sehen Sie das nicht? Deine Eier stecken in der Bank fest. Kommen Sie, gucken Sie selber mal. Oh, gar keine. Nein, nein. Dann, du Halt mal. Danke. Vielen Dank.